Ich bin Maslum Sheikh Ali und ich komme aus Syrien und seit zwei Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Und dann bin ich nach Wormes gekommen, also mit dem Fahrrad und ich war bei Hot Donar. Und ich habe dort einen Jufka gegessen und auch mein Kollege habe ich schon viele Mal dort gegessen. Und die hat mir das Papier vom Personenservice gegeben. Die Firma braucht Leute und sie geben jeden einen Job. Ich bin sofort schnell zum Personenservice gegangen, mit meinem Jufka. Ich habe mich hier angemeldet und ich habe weitergearbeitet. So brauche ich Papier, wenn ich arbeiten wollte. Aber beim Personenservice ist alles einfach. Ich habe nur meinen Ausweis gegeben und Passwort. Und sie haben gesagt, okay bitte, ich gehe nach Wormes. Das Wichtige ist der Job. Ohne einen Job, also ich kann nicht hier leben. Wenn ich einen Job habe, dann ist für mich alles gut, alles okay. Mein Ohr, mein Job, Moment, beim Personenservice. Sie haben einen Job nie gegeben. Das war gut. Und wenn einer hat keinen Job, dann kommen Sie zum Personenservice. Ich bin jetzt auch. Und ich bin jetzt. Also, ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020